Ich bin doch bestätigt. Hey. Tyrox, lass doch mal Karo weg jetzt. Musst du dir jetzt sofort auf den Schreibtisch setzen. Meine Güte. Also, wirst du... Warte, warte, sie ist nicht bei dir auf den Schreibtisch. Sie ist nicht mal bei mir zu groß. Oh Mann, ey. Wirklich hier. Ach ja. Oh, Tyrox, ich kann das auch. Maaan. Okay. So, 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 so. Oh, Hammer. Oh, Hammer. Oh. Es lädt. Es lädt. Warum lädt das immer so lange? Ich läd euch. Was ist falsch bei dir, Tyrox? Warte, 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 warte. Wo ist die? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich hab das auch. Ich hab das auch. Ich hab das auch. Ich hab das auch. Ja. Okay. Die hat sich nicht für dich interessiert. Mir doch egal. So. Wo gehen wir aus? Ist mir egal. Sarah? Los, Hamster. Keine Ahnung. Schön. Sie reagiert auch noch. Ja, ich reagiere. Schön, böses Hamsterchen. Beta-Hamster. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Äh, da. Ja, wo denn? Da? Oder da? Oder da? Ist mir doch egal. Ich geh jetzt auf eine der Inseln. Jetzt hör auf. T-Fighter-Angriff. Pew, 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 pew. Oh, nein. Ich liebe Star Wars. Und ich mag dich, Sarah. So. Ich mag dich auch. Melvin wird die Folge gucken und mich verfluchen. Ja. Aber das ist mir egal. Denn ich hab ein Geschenk gefunden. Und flieg erst mal gegen die Wand. Läuft. Und ich such jetzt Lichtschwerte. Ich hab kein Leben. Wenn du wieder welche vor mir findest, Zeig, dann raste ich echt aus. Sarah? Du findest immer welche vor mir. Sarah? Äh, ich frag. Sarah, dreimal darfst du raten. Zip von einer Flasche. Das ist Lichtschwerte! Ja, Lichtschwerte! Ja, ich hab nichts Schwerter. Schneiss. Ich hab dir das Lila nur mitgenommen. Ich hab dir extra das Lila nur mitgenommen. Meine Mutter denkt sich auch nur so. Was geht bei ihr ab? Was hab ich da großgezogen? Und ich hab ne goldene Pump. Ich bin happy. Aber keine Sorge. Deine Mutter ist schon alleine. Das denken meine nämlich im Bauch. Das denken alle Mütter, deren Kinder Fortnite spielen. Selbst meine Mutter würde jetzt noch denken, oh mein Gott. Wie dumm ist das Kind geworden. Warum hab ich so was? Nein. Noch ein Geschenk. Die nächste goldene Waffe. Eine goldene Sniper. Also, ich hab ne goldene Pump und ne goldene Sniper. Ich kann nicht mal vernünftig bauen. Warum? Du kannst nicht bauen. Ja, ich kann nicht überhaupt bauen. Kann ich im Wunder. Oh. Äh. Äh. Ich komm jetzt. Wo Ike ist. Ich komm jetzt einfach zu euch. Ich bin schon fast bei dir. Ja, dann komm. Und. Ja, warte. Ich werf's dir runter. Geh weg. Hui. Da kann ich mir die Minis wieder mitnehmen. Ja, und ich geh jetzt hoch. Ich muss einmal durch dieses Gebiet laufen. Ja. Neuorientierungspunkt. Du hattest erst noch nicht freigeschalten. Nein, ich fahr in dem Ort noch nie. Ich geh da eh nie hin. Ich geh da eh nie hin. Ach, das lohnt sich hier aber. Ich geh halt echt nie hin. Hast du deinem Bruder wieder versprochen, dass er Fortnite spielen darf, wenn du den Epischen holst? Ich fahre mich. Also theoretisch war es eigentlich nicht passieren. Gerade ist es ja passiert, deswegen. Ja. Es liegt aber nur an Ike und mir. Ich möchte mir jetzt nicht den Hass von Sarah auf die Schultern legen, aber ich stimme dir einfach mal nicht zu, Tyrox. Sarah hat auch gut mitgemacht. Ihr, BNR, hattet halt die meisten Kills. Ich hab gar nicht auf die Kills geachtet. Ich auch nicht. Was, was? Ich hatte vielleicht drei Kills oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich noch gar nicht. So, das Boot kann keiner mehr fahren. Ähm. Was war das? Was war das? Was war das? Das sind deine Skills, hä? Ja. Hey, der muss... Hey, bleib hier, Freund. Du kommst wieder mit. Wie beim letzten Mal. Ach, Ike. Mann. Ich hab das letzte Mal einen Ball mitgenommen. Komm jetzt, Ike. Ich weiß, wo noch einer liegt. Nicht auf dem Weg, scheiße. Komm jetzt, Ike. Ja, ich komm ja schon. Da hat er einen Geschossen. Oh, ich bin ernsthaft. Da wird geschossen. Ja. Aber das Ding macht gut Schaden. Okay. Ähm. Tyrox, wenn du das hier nicht warst, dann hat irgendjemand anderes Lichtschwerter. Das kann sein. Ja. Würde ich mal sagen. Ähm. Hier waren auch welche. Ja. Die... Die rennen da hinten auf der Straße. Zweimal. Ich hab ne Sniper. Äh. Olaf Streamt wieder. Wollte ich nochmal sagen. Danke für die störende Aufnahme. Ich hab keine Sniper. Ich hab keine Sniper. Ja, einer ist down. Ich hab keine Sniper. Ich lenk den eh auf mich. Der hielt den. Ne, noch nicht. Achtung, Ike. Oh, er fahrt. Oh, noch jemand. Ich hab keine große Hilfe. Ich kümmere mich um den hier. Mann, was? Der hat aber kein Schild mehr. Kau. Ne, ne. Der hoppt hier. Kommt, bevor er mich umhaut. Nice. Hier liegt dann... Hier liegt dann auch noch ne goldene Pump. Ich bin grad am kämpfen. Und das der Medi für mich. Sag nicht, dass du vielleicht verreckst, weil ich glaub, wir werden... Nein, wir haben gewonnen. Nice. Eins. Ja, ich will nur das Medi-Kit haben. Wir müssen aber erstmal in die Zone. Cool. Dass ich mal was reißen will. Dass ich mal was reiße. Naja, komm, du hast Uschle eben am Solo den Eppel. Zwischengold. Einmal. Ich hab noch nicht mal Solo gespielt in dieser Zone. Wow, stumpf. Ja, das haben wir aber die ganze Zeit gesagt. Ich hör aber nicht zu. Oh, hier ist ne Klingel. Ich möchte die Klingel kaputt machen. Boah, Sarah, ernsthaft? Du hörst nicht zu? Äh. Okay, hier in der Stadt sind auch noch welche. Wartet auf mich. Oh nein, Leute. Nee, das hab ich zwar mitkippt. Da kommt ein Airdrop runter. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. In der Stadt. Los. Wo sind die Dullis? Beim Auto zum Wiederbeleben. Ich will nicht sterben. Wo sind die? Ach, da. Sarah, erhebt jetzt mitkippt auf. Komm zum LKW. Ach, stimmt. Ja. Ich hab eh zwei. Ich hab auch noch ein medkit dabei. Hier sind ein paar, ne? Ja, dann ich und Sarah heilen uns kurz. Hättest du auch zum LKW kommen können, das wehste. Warte, Ike. Warte, warte. Ja, ja. Ich bin abgeschossen. Ich hau schon mal die Haltbarkeit ein bisschen runter. Ihr werdet abgeschossen? So. Ah, der ist da. Problem. Meine Brüder stehen vor der... Der eine hat ein rotes Lichtschwert. Da hinten im Haus. Oh, wie weit ist das? Sag mal, bin ich bescheuert? Rechts, wenn wir uns sind, welche, ne? Dort im Haus. Da oben. Das ist aber links. Da oben ist auch einer. Ja, hier oben ist auch. Da eine Banane, eine Banane. Tötet die Banane. Die kann man essen. Mein Internet ist auch wieder kompletter am Abspacken. Guck mal, die Rüchte rum. Da unten. Ich renne jetzt der Banane hinterher. Au. Au. Scheiße. Warum hat der die Kiste nicht aufgemacht? Was ist denn das? Warum schießt der mich an? Ich bin gleich mal. Ich habe da nichts getan. Ich einfach nichts rette. Banane ist down. Ich hasse Leute, die bauen. Die Banane ist down. Hier in die Zone kommt. Das wisst ihr, ja? Ja, ich gehörte einfach. Vielleicht down, ne? Ich bin tot. So, der ist down. Geil. Der ist tot. Scheiße. Ike. Hallo. Ike, kümmerst du dich um Tyrox? Ich habe Tyrox, ja. Okay, dann komm. Bitte lösche mal den Suchverlauf. Hier ist noch jemand. Ja, das ist der letzte von denen. Ja, warte. Scheiße, Tyrox. Ernsthaft? Alles klar? Ja. Ah, ich kann paddeln. Scheiße. Zone, 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 Zone. Der Typ ist vor mir. Ja, mal eben gekillt, während ich in die Zone laufe. Leu, hast du mal wieder zwei Errungenschaften bekommen? Tyrox, schaffst du das? Nein. Ich schaff das. Hoffentlich. Renn weiter, renn weiter, renn weiter. Ich sammel dich unterwegs ein. Ja, ich renne. Ne, ich mehle Tyrox gerade. Aber ich mich gerade heile. Da ist auch noch einer. Hier ist auch noch einer. Ich habe gerade erst den eingekehlt. Ich hole dich, ich hole dich. Scheiße, da ist wieder Wasser. Warum? Der war auch einzeln. Warum sind die alle hier? Scheiße, das bringt doch gar nichts. Okay, ich bin raus. Scheiße, den ich leben. Und der da trägt auch seinen Kumpel gerade weg. In die Zone aber, wie dem nicht. Das ist mein letzter Schuss. Der ist down. Nein. 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 Eine Sekunde hat noch gefehlt beim Healen. Ich nicht. Eine Sekunde hat beim Healen noch gefehlt. Nein. Ike. Warum müsst ihr mich immer alleine lassen? Wir lassen dich doch nicht immer alleine. Genau. Oh, Tyrox. Du vielleicht nicht, aber Luca. Ja, schön. Aber der sagt das doch nicht zu uns bei. Ja. 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 Euer ist prud rookie. Anfang. Ja. Das steht. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Vielen Dank.